Was hast du gemeint noch, mal bitte? Ich habe versucht den Udo zu rufen, da hat er keine Antwort gegeben. Ich wollte dich bitte mal... Das schwer ist der Udo. ... aus Schifferstadt, von deiner Seite aus schön solide 59 Franz, das geht ausgezeichnet. Warum habe ich bei dir die vier schon lokale Störungen, oder? Ja, ich habe hier lokale Störungen. Ich habe hier also alles zugezeichnet, bin vor der Gange auf 2,7 GHz und Breite und habe dann noch rechts und links beigezogen. Ich habe lokale Schwierigkeiten. Irgendwo war natürlich für die 5, das kommt so an, wann da alles soweit ruhig ist. Jetzt hast du hier ein Super-Signal, 5,9 plus 15, ja, an einem K3, der ist frisch abgeblich, und ja, dürfte die Rapporte hier gut sein, ne? Okay, Frank, Mikrofon nochmal zu dir. Ja, okay, mit dem Rapport bin ich mehr als zufrieden, lieber Franz, muss ich dir sagen. Ich betreibe hier eine entgespeiste 3-Band-Antenne für 40, 60 und 80 Meter. Die ist resonant auf diesen Bändern, ist ca. 27 Meter lang, ich benötige keinen Tuner. Und diese Antenne habe ich um eine Baumkrone herumgelegt. Wenn man nicht liest, was es ist, sieht es aus wie ein Quadrup für 20 Meter. Also kann ich mir vorstellen, dass das doch etwas so optimal ist das Ganze. Und sehen, 9,15 bei dir, so lautes Signal an der Bergstraße, bin ich stolz wie ein Schneekönig.